Na dann doch noch herzlich willkommen bei Term Oil. Zur Zeit des Texas Tea sind wir unterwegs und müssen Öl finden, Ölfelder ausbeuten. Das ganze für 9,99 Euro derzeit. Ihr seht hier unten an der Versionsnummer das ist noch Pretty Alpha. Wir schauen uns uns an und gucken mal ob es das wert ist die 9,99 Euro. Also let's play. Wir machen eine neue Kampagne und suchen uns erstmal eine Figur aus. Wir könnten ja noch auf Expert Mode umstellen. Wird ich auch noch tun, aber im Moment machen wir es mal ganz einfach. Joshua ist unser Mann und wir starten in den Fertilands und schauen mal wie es aussieht. Den Text müsst ihr jetzt nicht unbedingt lesen. Ich sage euch um was es geht. Das ist der Mayor, der Bürgermeister. Der möchte sich irgendwann zurückziehen, alles verkaufen was er hat. Und wer am Ende mindestens 51 Prozent seines Landes hat, seiner Stadt hat, der hat das Spiel gewonnen. Darum geht es. Was müssen wir tun? Wir müssen dafür Geld verdienen. Dazu müssen wir als erstes mal raus. Hier haben wir noch nicht viel zu tun. Da passiert noch nichts. Also raus. Let's dig. Ready to go. Na klar. So sieht es aus. Wir haben im Moment nur eine Firma, der wir Öl verkaufen können. Nachher kommt hier noch die Right Inc dazu. Aber erstmal nur ganz einfach. Hier die Left Inc, die kauft unser Öl, das wir finden. Dazu müssen wir es suchen. Und dazu müssen wir einen Dozer, also jemanden, der mit der Wünschschulrute durch die Gegend geht, beauftragen. Das wollen wir tun. Higher Dozer. Hier hinsetzen. So wie das Spiel das gerne hätte. Und da wollen wir schauen, ob er was findet. Der braucht ein bisschen. In der Zeit kann ich mal husten. Lassen wir mal drin im Take. Und er hat schon was gefunden. Na prima. Dann bauen wir da einen Ölturm hin. Ölturm hingesetzt. Und damit wir es finden, müssen wir ein Rohr ziehen. Das sollen wir bis hierhin ziehen. Machen wir. Da wird gebohrt. Und man sieht mit dem Bohren wird hier aufgedeckt, was im Untergrund tatsächlich ist. Und siehe da, wir haben ein Ölfeld gefunden. Das wird jetzt leer gepumpt. Und you're getting all out of the ground. Wir müssen es verkaufen. Na klar. To Left Inc, of course. Dazu brauchen wir einen Wagon. Chuck Wagon. Den setzen wir hier hin. Und der macht jetzt nichts anderes, als das Öl aus diesem Ölförderturm hier nach Left Inc zu bringen und für den Preis, der angezeigt ist, zu verkaufen. Man sieht so ein bisschen hier, während hier gepumpt wird, läuft das Öl hier langsam hoch. Das sollte da oben nicht ankommen, sondern es fängt an zu spillen. Und Spill kostet Geld. Okay. Also wir sollen 1.300 verdienen. Alles okay. Machen wir. Das Ganze kann man eigentlich auch noch beschleunigen. Aber die ganzen Funktionen hier oben, ihr seht, da sind noch ganz viele Löcher. Da kommt erst später was dazu. Wir sind noch ganz am Anfang des Tutorials. Wir verkaufen unser Öl. Zack. Und gleich sind wir auch auf 1.300. Jawohl. Es geht zurück zur Stadt. Das haben wir begriffen. So funktioniert es. Hier wird abgerechnet. Kann sich das Ganze auch noch als Grafiken, Earnings, Spendings, Screenshot machen davon und so weiter. Aber wir brauchen das alles nicht. Wir sollen zurück zur Stadt. So. Jetzt ist es so, dass wir, bevor wir hier unten wieder Let's Dick haben, hier in der Town Hall erstmal auf die World Map müssen. Und dazu gehen wir da rein. Jetzt sind alle vier, die am Spiel teilnehmen, also wir und die drei Computergegner dabei. Und wir müssen uns ein Land aussuchen. Das wird versteigert. Alle stellen sich einmal vor. Jawohl. Okay. Die haben sich die Länder ausgesucht. Mein erstes wird auch automatisch ausgesucht. Dieses kriege ich hier unten. Alles klar. Gleiches Spiel wie vorher. Alles in Ordnung. Auf, wie geht's. Hier in der Bank können wir einen Kredit aufnehmen, wenn wir es brauchen. Wir haben im Moment 20.000. Wenn wir losgehen auf Let's Dick, werden 2.000 abgezogen. Na, das ist in Ordnung. Damit kommen wir zurecht. Raus hier. Und das ganze Spiel wieder von vorne. Wir haben einen Dozer. Der sucht. Er findet hoffentlich auch. Im Moment haben wir nur die Left Inc. 62 Cent. Ist nicht ganz so viel. Werden wir gleich auch darauf aufmerksam gemacht. Es wird gesucht. Und gesucht. Manchmal braucht er wirklich sehr lange. Gott sei Dank hat man nachher bessere Tools, um zu suchen. Er sucht. Und sucht. Und hat gefunden. Zack. Wieder drauf. Wieder auf dieses Pluszeichen gehen. Und ungefähr bis hier hin bohren. Und mal schauen, ob wir da was finden. Ich bin mir ziemlich sicher. Da werden wir gleich finden. Fündig werden. Und siehe da. Volltreffer. Mitten drin. Es wird gepumpt. Wir kennen das Spiel. Wir brauchen hier von allen. So. Im Moment ist der Preis, sagt er uns auch. 62 Cent. Nicht das Riesending. Jetzt können wir ein Silo bauen. Das heißt, wir nehmen dieses Silo. Und packen das einfach mal. Wir sollen es da hin tun. Ja. Ist ja gut. Mische. 250 werden uns abgezogen. Der Preis variiert hier sehr heftig. Deswegen sollten wir immer gucken, ob wir ins Silo bringen oder ob wir direkt verkaufen. Oder aus dem Silo verkaufen. Wir gucken mal. Hier wird damit gepumpt. Zack. Solange wir nämlich hier keinen einstellen. Solange wir hier nicht auf 1 gehen, bringt unser Wagon immer das Ganze hier in unser Silo. Das Spiel endet hier. 31. März. Wir haben den 1. Januar. Bis dahin haben wir Zeit, Geld zu verdienen. Im Moment fährt der jetzt hier mal schön zwischen Öltüren und Silo hin und her. Und speichert das Öl zwischen. Wir sehen, der Preis bewegt sich hier wirklich tatsächlich. Am Anfang sind 80, 85 Cent sind ganz gut. Ein bisschen Geld braucht man, um nachher einfach auch ein bisschen mehr zu bauen. Jetzt wird es interessant. Zack. Zack. Und wir nehmen noch einen Chuck Wagon dazu. Die beiden. Jetzt fährt einer davon immer zwischen den beiden Dingern hier rüber. Ich setze den zweiten auch da drauf. Das heißt also, zwei verkaufen. Man sieht, der Preis steigt hier ordentlich. Das finde ich spaßig. Da baue ich gleich noch einen All-Rig. Denn ich kann auch mit mehreren das Ganze hier anknacken. Mache ich doch glatt. Zweite da hinsetzen. Nehme ich direkt noch einen Wagon dazu. Ich habe das Geld ja. Und wie ihr seht, hier wird gerade fleißig gepumpt. Aus dem Silo geholt. Und ich muss noch den dritten Wagen zuteilen. Das heißt, die fahren jetzt hier alle schön brav hin und her zwischen den Ölquellen und dem Silo und bringen das Öl weg. Jetzt fällt der Preis hier wieder. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir müssen zwischenspeichern. Das heißt, irgendwann bleibt bei 80. Hören wir auf und bringen das Ganze einfach nur ins Silo. Na, aber schon geht noch. Der Preis hält sich einigermaßen. Das geht. Das Geld wird uns immer direkt gut geschrieben. Und wir müssen ja auch ein bisschen was auf die hohe Kante kriegen. Wollen ja auch verdienen an der ganzen Sache. Jetzt ist der Preis meiner Meinung nach blöd. Und jetzt lasse ich alle drei, dadurch, dass ich sie hier nicht mehr zugeteilt habe, lasse ich sie jetzt alle drei das Öl abholen und in Silo pumpen. Da passt einiges rein. Wenn mir das nicht reicht, könnte ich noch ein zweites Silo bauen. Das muss man so ein bisschen im Auge behalten. Ich könnte jetzt hier auch noch einen weiteren Dozer heiern, also anheuern und den hier suchen lassen. Der findet dann vielleicht noch eins. Aber für dieses Tutorialspiel, für das erste Level, ist das ausreichend. Ihr seht, der Preis kann richtig dramatisch tief fallen. Und das macht überhaupt keinen Sinn, da irgendwas zu verkaufen. Wir müssen allerdings jetzt das Datum hier im Auge behalten. 31. März ist Schluss. Nur, was wir bis dahin verkauft haben, geht hier oben drauf. Ansonsten ist egal, wie viel Öl man sonst noch hat. Das ist weg. Der Preis ist wieder besser. Ich packe auch noch einen Whang dazu. Wie gesagt, der soll auch dahin gehen. Und jetzt wird kräftig Öl verkauft. Ich hoffe, das reicht. Ich nehme sogar noch einen Whang. Das zahlt sich aus. Und dann läuft das Ganze hier in Ruhe durch. Der Preis fällt leider wieder. Aber wir laufen so langsam aber sicher aufs Ende zu. Ihr seht hier unten übrigens, die Felder sind ungefähr so die Größe. Die können auch mal richtig groß sein. Die können aber auch ganz klein sein. Das sieht man nicht immer auch unbedingt vorher. Ich bin jetzt hier mit zwei Rohren dran. Das ist okay. Das kann aber auch bedeuten, dass ich irgendwann relativ schnell diese Ölblase ausgebeutet habe. Und dann habe ich eben Pech gehabt. Am hektisch werdenderen Sound hört man dann auch, dass wir am Ende sind. Dass wir aufs Ende zugehen. Ich mache mal kurz Pause, um zu erklären, was sonst noch passieren kann. Also, es ist so, dass man hier die Silos noch ausbauen kann. Man kann die Rohre dicker machen, dass die doppelte Menge gefördert wird. Man kann nachher diese Wagon ausbauen, dass die mehr transportieren können. schneller transportieren können. Man kriegt hier auf die rechte Seite auch noch eine Ink hin. Also, die Ride Ink. Da muss man immer gucken, wo schicke ich die Wagen gerade hin oder schicke ich die nirgendwo hin. Und nur ins Silo. Da muss man ein bisschen managen. Alles in allem eigentlich ein tolles Spiel. Es wird nur leider repetitiv. Es kommen noch einige Ausbauten dazu. Man kann sich das hier unten mit einem Scanner nachher angucken oder man kann einen Maulwurf runterschicken, der gefundene Diamanten holt und so weiter. Am Ende geht es einfach nur darum, so viel wie möglich Kohle zu verdienen und die Kohle dann nachher umzusetzen beim Mayor, beim Bürgermeister und dem seine Anteile am Land an der Stadt abzukaufen, um mindestens 51% zu bekommen. Wenn man das erreicht, wenn man mindestens 51% hat, hat man dieses Spiel gewonnen. Es ist toll. Es macht Spaß. Also, es ist nicht so, dass ihr das jetzt denken solltet. Ich möchte euch es madig machen. Es ist nur 10 Euro. Es ist, glaube ich, echt noch ein bisschen, ich weiß nicht, was noch kommt, was noch reingepackt wird. Es ist ja nur eine Alpha. Aber von daher hoffe ich mal, dass wirklich noch was dazukommt. Ich habe einige Stunden investiert. Ich glaube, 8 oder 9 Stunden habe ich überhaupt dieses Komplett durchhatte. Aber ich gebe zu, die letzten 3 bis 4 Stunden waren dann auch so, ich möchte das Ende sehen, aber ich so wirklich noch mal und noch mal und noch mal. Es kommt noch Erdgas dazu, was einem beim Fördern hilft und so weiter. Es gibt wirklich noch eine ganze Menge. Hier oben passiert noch einiges. In der Stadt kann man einige Gimmicks dazukaufen. Man kann eine Pipeline direkt legen zu den Ings und so weiter. Also es gibt schon einiges zu sehen. Okay, das ist die Hauptspielmechanik. Die habt ihr jetzt gesehen und ich denke, das soll für heute Abend dann reichen. Wir haben in Term Hall reingeguckt. Derzeitiger Preis 9,99 Euro. Sollte es euch für, ich sage mal, um die 5, 6, 7 Euro vielleicht unterkommen, das lohnt sich auf jeden Fall. Dann sollte man es mitnehmen. Wie gesagt, es ist Alpha. Es macht Spaß. Es gab schon einiges an Updates. Also von daher, vielleicht einfach mal reingucken. Okay, zurück ins Studio.